anzufangen war doch war doch letzte woche auch keine ahnung habe ich vergessen schon so lange her ich habe ein drei tages gedächtnis wollen wir noch mal gucken gehen ja können wir gerne machen das war wo war das denn das war da wo es kalt ist vielleicht so ich bin noch auf der wäse was suchten die am kalten baustellen ich bin eben an intakten hausland vorbei gekommen ist ja keine baustelle nicht wieder in die kälte ja doch müssen wir für proxy mit vollem mund und so du weißt wo bin ich eben hin ich glaube nach westen da kommt schnee wüste und normales aber keine stadt mehr wir haben drei baustellen mindestens drei baustellen ja also drei sofort sichtbare baustellen mit einem bären gesehen nur mit dem bären wollten uns in dem moment dann nicht daneben also ja weil der war nicht von von dieser namen firma die dann mit bären so viel geld verdienten schlimm war eigentlich wir wollten uns ja hochrappen und eventuell den bären angreifen aber dann kamen wir wollten ja zombies raus und ja naja so beides gleichzeitig haben wir eigentlich einen land land block gesetzt habe ich ganz vergessen in irgendeiner von den basen bestimmt hier meine ich ja ich glaube noch nicht kann es auf den geier schütze oben drauf tun dass noch platz kusten geiler schutz läuft was auf der straße und ich finde das können dass man irgendwann auf das holz oben drauf mal 40 40 spikes hier wo habe ich nicht hingemacht hat er geht dann nicht schneller kaputt wenn du drauf holz steht ehrlich gesagt probiere ich jetzt auch so wenig zu kehren wie möglich um den game stage nicht zu ich komme nicht hoch ich habe keine fremd doch da habe ich noch fremd zwar macht nur dass da noch platz wäre ohne dass er im weg steht ein kartoffelfeld also ich sag mal die worte müsst ihr entweder an tag 5 6 7 oder ach komm mach mal aus dem oder ein und dann glaube ich dir vielleicht wer hatte gerade den kabelstern gesetzt nach dem den land bleiben oder block hat habe ich proxie dort ich warum denn immer meine freundschaftsanfrage an solltest du vielleicht machen ja das meine muss doch noch annehmen ob sie also ich weiß dass das hier das ist sieht auch schon so und das ist fertig zu sein über glaube ich darf und noch mal hier noch weiter aber wir waren das umbauen gestaltet sich schwierig habe ich genug holz ich habe genug holz ich habe genug kabelstern muss jetzt ja nicht runter jedenfalls gerade den beton ich bin schon wieder gut also wir dichten unsere base ab ja kein vorn nix eigenes oder die eigenes kannst du vergessen das schaffen wir nicht ich habe 250 spikes weil empfange ich nämlich an unserem haus dann auch an das ist gut ich bin aufgeregt essen da watschelt einer so wieder zurück das hat sich jetzt auf tinder angehört wenn ich mit dir auf parship oder tinder schreibt bitte nicht so okay da möchte ich wie eine lady behandelt werden bitte noch eine lady mit drei i ich könnte auch perken ich habe doch drei punkte holy shit jetzt wird er übermütig jetzt geht's los ja was braucht man jetzt so am dringendsten alles noch sieben punkte auf die eine sache ich frage proxy nicht den rest der welt wenn ich das wüsste also beton eigentlich ist so wasser denn kabels habe ich jetzt über 1000 noch ich kann die ich habe noch 100 land claim blocks die kannst du kannst du auch 100 land claim blocks machen das bin ich schlecht ich kenne dir heute oben in die kisten ja ja willst du so viele land claim blocks ja ich will das ding ja dicht machen richtig du kannst nur einsetzen du kannst nicht land claim block ich meine hier ist die hitze hier 26 grad und es geht noch weiter 300 fleckstern blöcke herstellen das ist mama 100 160 reicht eigentlich für das erste mehr kriege ich gar nicht gesetzt mehr kriege ich gar nicht gesetzt dann müsste mir jemand mit helfen und den rest produziere ich in kabelstern jo vorsorglich ist ja schon mal eine idee ja 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 ich bin hinter dir ich glaube das war nämlich ich will nicht nur so dauerhaft rennen weil das mega ausdauer ich weiß nicht die sind bei mir an jeder ecke sobald du sobald du rotes hast geht diese extrem runter da hinten könnte noch was sagen wir schon siegen ja wir waren hier oben irgendwo und da waren ja ich kann mich jetzt hier runter das ist ein bisschen schwierig ich breche mir bestimmtes bein wenn ich heruntergehe das war hier oben schwierig ich versuche mal im im fallenden frame zu setzen jetzt bräuchte ich wirf mal jemanden runter und scheiße dafür mehr blöcke als ich dachte ich hab mich komplett verschätzt ich dachte es wären drei blöcke oder vier das sind aber mindestens neun scheiße kommt mir ist auch schon weg wir waren hier oben ich weiß dass wir ja danke das war echt sehr tief gefallen erstmal reparieren die wände hier wer hat das loch dahin gebaut also ein loch habe ich noch nie gebaut höchstens guten Abend aber heute ach schön egal wer den land claim da oben gesetzt hat würde der mir bitte meine freundschaftsanfrage annehmen äh ich habe keine gekriegt jetzt proxy sende doch einfach jedem den du noch nicht als freund hast eine freundschaftsanfrage ich sprach wie kann man so unkreativ sein dankeschön holz liegt oben in der linken seitlichen kiste gegenüber von der kiste ok noch mal hier ist er fast durchgekommen alter schwede das war knapp jetzt wird es wieder kalt guten Abend Dr. Matt schön dass du da bist wir brauchen sehr viel beton das ist heftig äh hier ist was äh ja da gehe ich aber nicht rund ähm hier ist noch ein safe unten nur zur info hier unten ist noch ein safe wer hat denn die pickaxe die schöne wir schauen wir uns erstmal das maistfeld da vorne noch an aber das schönste von abgeerntet zu sein wer will kann den safe ich brauche aber erstmal ein splint noch öffnen hier hinten muss das irgendwo gewesen sein weil proxy einfach ein loch in die decke geklopft hat ne warte ich mach ein paar woodtrams oh jetzt ist schon wieder total mhm da zeigt ich kann es eigentlich knicken das für aussagen ey ähm wie hast du dich jetzt auch untergeworfen oder was lass uns doch mal äh splint willig gell ja du hast dich jetzt nicht auch in das loch reingestürzt probieren äh im süden da wo wüste ist alter vater so war das aber nicht geplant äh abstimmungsfrage tu mal den gartenzaun weg machen und die spikes direkt an den steinhaus oder den garten holzzaun umranden ich würde als erstes die spikes über steinhaus verteilen jetzt muss ich erstmal überlegen wo ist jetzt hier wo sind wir jetzt hier wir müssen jetzt äh so die base ist da oben das heißt den bereich muss ich komplett absichern das ist äh schwierig ne ne deswegen dann war ich dann durch ähm lol und in diesem moment schickt proxy zwei millionen freundschaftsanfragen per steam aus was weil alter sagt schick einfach geben mit dem du noch nicht befreundet bist eine abschade der schreibt den sohn unser ja über uns boah äh hast du jetzt noch mich mal mal ziehen ich bin da schön gefahren beim zugucken so da müssen wir wo sind wir denn da und da kommen wir hier rüber ach scheiß treppe im weg ja du weißt von einem extrem ist nichts so weißt du doch äh geier über unsere base foxy äh ich bin unten nein du stehst im weg äh ich muss das geländer was machst du denn hier für unsinn ich muss das geländer weg machen ich kann mich nicht vornehmen Freya ist tot ich möchte ja auch hier eine verbindung von unten nach oben machen dass wir eine leiter machen können weil nämlich hier muss ein pfeiler hin mhm so jetzt guck ich hier da komme ich hier hin ähm brause der safe unten im haus ist offen okay war noch einer unten ja so hab ihn jetzt mal noch nicht gelootet einfach mal jetzt kommen die cobbles guck mal denn hier runter mit den hoodframes die hier hochgebockt sind ja ich versuch nicht ich mach einen pfeiler und da kann man eine leiter hin machen ja das football ja da ist keine lust drauf wow ne steel platting ist drinne wär ne vernünftige ach ich hab keine vernünftige rüstung äh ist gerade oben jemand auf dem dach von der base nö ne ne warum gerade was brauchst du ne hätt mir jemand eine ranch runter schmeißen können ne hätt mir jemand eine ranch runter schmeißen können hier hätt mir so ein spider ne die ansprüche wachsen aber auch hier stetisch das ist immer mein anspruch proxy hat millionen von cobblestone und ich hab eisentools oder stahl also gegen stahltools sagen wir auch nix so ist das nicht weil insofern ich auch nicht aber die eisentools sind realistischer sagt man es mal so ja das stimmt insofern jetzt nicht irgendeiner an den working stiff tools vorbeigelaufen ist kann ich euch nicht großartig weiterhelfen ne bisher gerade noch nicht aber wenn dann zeig ich dir bescheuert ich hab hier sand gesehen aber hopp ja hier ist ganz zu spät nein ach komm mädel wot oh verbrennt es ja schon hier in der wüste ruf es gibt noch gar nicht so ein jähriger samstag gibt es wahnsinn aber samstag ist ja eine premiere spider fordens okay jetzt kommt die nächste lage ist auch schon auf uns fix das ist hier proxy machst du hier eine leiter nach oben oder irgendwas ja weil draußen ist jetzt ich mach nur leiter erst mal ein bisschen platz hier machen und ich bräuchte zwei flextons von dir ja oben über der lücke wurde eben rein was da okay okay ist kaputte ich mache mal leiter wir gucken sowieso mal immer hier ein kaktus das ist nur die frage wie komme ich dann wieder runter moment moment ich mache hier das ich mache das etwas anders ja hier vorne weil das aber versteckt das arme gering ich das hier hochziehen will da wo du draufstehst auch noch den auch noch weg wo ich draufstehe obwohl warte mal warte mal geht so so passen fürs erste ja das liegt ja mal hierhin einen guten namen war das wie viel brause zwei flextons blöcke wie geht es wie steht zwei flextons ach so ich glaube ich glaube ich so steht eben flextons ist doch mit lehm habe ich gar nicht nee das waren schon die das ist richtig jetzt wo die man ist ja flextons wieso bin ich jetzt irgendwie bin ich jetzt bei was zum aufwerten wie heißt der andere noch mal gab es da oben der land claim block ich bin irgendwie komplett was brauchst du noch mal zum aufwerten ja reicht es doch für sechs stück oder so ne ja das ist viel zu viel ich muss nämlich jetzt erstmal hier aufwerten weil das ist nicht so baustellen mäßig muss sie übers dach nach unten da breche ich mir wieder das bein nee also ich glaube eher nicht da musste schon kunstvoll fallen also proxie 160 flextons und 590 kam es doch super danke der rest ist noch am herstellen wollen wir nachher noch weitermachen oder es sollte keine zeit oder kein bock drauf kommt mir jetzt hier hoch genau so bei mir wurde schon gesagt dass ich im street der leise bin aber das kann ich jetzt gerade nicht um du bist heute echt fertig mache das vielleicht das dann verstehen ist arbeitstechnisch zu viel gewesen oder also hinter dir er hat auch urlaub soweit ich weiß ja gut vom urlaub kann man auch ganz schön fertig sein okay heute war ja verstehe okay was fleisch macht ja der maradus der hat so der der was ist das so so trocknet el fleisch und sowas da macht er manchmal ganz schön in den mengen von ich will auch also treffen nächste woche beim maradus ja definitiv ja dann müsste er der müsste nur durch ham fahren und irgendwie wie verrückt nach maradus rufen vielleicht öffnet er euch ja die tür aus ich bin hier man muss nur der nase nach ich wollte es gerade sagen ich muss nur der nase nach gehen da muss am ehesten haben aber etwas länger dauern ja das schon das haben nicht klein ist egal wir müssen eigentlich nur eine feuerwehr finden die wissen schon wo es das öfteren gebrannt hat also ich bräuchte nicht durch ham fahren ich würde nur an eine stelle hinfahren also also eigentlich habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt entschuldigt durch haben fahren geht schon mal gar nicht weil jede ampel ist ja rot sobald drauf und das auch nachts um zwei uhr wenn keine sau auf der straße ist also ich habe zum römerberg frage haben wir irgendwie ein händler nöde also in der nähe 1,7 kilometer bis man entfernt weil das 2,6 weg der 1,8 wo ich gerade war da die ford ist die ihr nicht haben wolltet dann musst du 1,7 kilometer von meiner jetzigen position das wird so katastrophe das ding hier raus auf dem mara du bist nicht ein arbeitskollege von dir ja wo sich proxy hinter dir sind spikes ist aber jetzt gerade ungünstig weil ich ja nicht mal geguckt habe wo ich noch weiter bauen muss ich wollte ja nicht nur auf einem feiner die base stellen weil das problem ist nämlich wenn du mal gucken wolltest könntest mucki hier ist ja auch noch platz mich ist noch frei ich habe nur die seiten von 2 war richtung jetzt hier rüber also hier in die ecke irgendwo dann hast du noch flext um ja ja kabel sondern flext um das ist so geil dass die köpfe wieder platzen aber macht den boden eins weg dass wir quasi auf dem auf dem claim auf dem sand sind leben heute habe ich aber einen knoten in dem denkapparat alter scherbille du hast einfach nur pech beim denken also hier in der ecke wo der teppich ist auch noch eine ne also wir bräuchten eigentlich drei säulen also schlupf ich mache in die mitte mache ich richtig beton zuerst mal und ich habe auch nur 300 beton haben wir noch beton frischen bringen wir stahl oder eisenachs 75 habe ich in der tasche ich bin auch noch mal 80 mit ok dann wird das gerade für die säule noch reichen dann machen wir die mich komplett beton also wenigstens auf zwei säulen stehen in der hundehorde dann haben wir wenigstens zwei säulen mit damit ja 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 Vielen Dank.